So, dann herzlich willkommen zur abendlichen Chartbeschau von JFD Brokers. Heute war der Tag eigentlich erst zunächst unspektakulär. Der DAX schaffte, wie am Freitag erwähnt, nicht über die 9850er Marke anzusteigen, aber im heutigen Tagesverlauf blieb das dem Cetra DAX verwehrt. Ein anderes Setup im DAX war ja darauf ausgelegt, dass es hier ein kompletter Gap-Loss gab, beziehungsweise, was ich auch im Stream veröffentlicht habe, ein Rücklauf an die Unterkante, wäre dann ein Einstiegsignal gewesen. Und wie man eben hier sieht im Stundenchart, lief der Index nicht ganz an diesen Wert hin. Zum Schluss hieß es, oder beziehungsweise, Unterstützungsband zwischen 9,960 und 80. 9,660, 9,680. Und zum Schluss wären es hier 84, also auch nicht ganz die Oberkante getroffen. Aber das Limit lag eben bei 9,960 Punkten. Schauen wir dieses im Tageschart an. Ich habe das extra im Video heute nochmal erwähnt, dass diese Kante weiter von den Marktteilnehmern sehr stark beobachtet wird. Und es ist auch ausschlaggebend. Dabei wird, wie gesagt, hier wurde es jetzt nicht ganz erreicht. Hier, hier und jetzt hier. kann man aber trotzdem das als Anlaufen nehmen, weil ja auch hier die Linie kann man auch im Tages- und Wochenchart legt her leicht auseinander. Also ich habe es hier so gehabt, jetzt ohne, dass ich jetzt hier die Signale davor gehabt habe. Für mich bleibt die Linie erst mal so. Kommen wir, also im DAX gibt es jetzt auch nichts Großartiges, Neues zu sagen. Also nachbörslich liegen wir aktuell noch eine Dreiviertelstunde, ist der US-Handel noch lang bei 9.715 Punkten. Also weder die Unterkante noch angelaufen. Spannender ist es aktuell eben im Dow Jones. Hier habe ich den Future-Chart genommen. Hier kann ich auch noch ein anderes Bild nehmen erst mal. Da war es von heute Mittag. Über dem Level war mit einer Aufwärtsbewegung noch zu rechnen. Der Index-Future, das ist jetzt nicht der Dow Jones an sich, der Index-Future kämpfte hier mit der 16.000er Marke. Dann gab es wieder einen Rücklauf und aktuell stehen wir hier an der wichtigen Unterstützung. So, da ich jetzt eben aber die nächsten Dreiviertelstunde eben auch nicht am Rechner sein werde, werde ich hier das Signal auch nur beobachten. Aktiv handeln werde ich das jetzt aktuell nicht. So, das ist mir das Zeitfenster zu kurz. Und was eben auch sehr wichtig ist, unabhängig ob jetzt hier ein Signal dann zustande kommt oder nicht, was eben auch Japan darauf, Japan eben in der Nacht darauf hin für eine Performance an den Tag legt. Deswegen über Nachtpositionen komplett, ja, lasse ich im Prinzip auch im Moment sein. Wenn, dann gehe ich morgen früh hier noch short. Zu den anderen Setups, die ich heute vorgestellt habe, war ja noch das Silber-Setup. Da habe ich zugeschlagen. Aktuell, bevor er eben jetzt knapp die Marke nochmal erreicht hat, ist er leicht im Plus. Ich bin davon ausgegangen, dass eben auch bevor der US-Markt startete, dass hier größere Käufe noch zu beobachten sind. Die traten ein, zwar nicht zu große Käufe, wurde aber hier wieder abgewirkt. Aber wir stehen aktuell über dieser Buy-Marke und der Stopp kann entweder jetzt hier, bleibt jetzt auch der Anfangsstopp oder auch schon deutlicher, knapp unter der 14 US-Dollar-Marke auch gelegt werden. Denn wenn es jetzt hier kein wirklich, nicht nachhaltig nach oben geht, werden wir auch schnell wieder tiefere Kurse gehen sehen. Noch, das war ja hier das Dow Jones-Setup. Und Amazon wurde verkauft, bei 605. Ja, war für mich jetzt hier ein bisschen ausgereizt. Eventuell könnte man hier nochmal bei 580 oder 75 zuschlagen. Bleibt auf alle Fälle interessant, der Wert. Zum Pfund gegen US-Dollar-Setup. Ich glaube, da ist noch nichts ausgeführt worden. Nee, Wert steht unter. Der Stundenschart ist schön unter dieser Linie. Kommt jetzt hier an der Unterstützung wieder an. Und werde ich morgen sehr genau beobachten. Pfund gegenüber US-Dollar. Das war es erstmal. Man darf gespannt sein, wie sich Asien entwickelt. Wieso die Märkte eben runterkommen ist. Auch weil der Ölpreis wieder 6% im Minus ist. Und davon haben wir auch morgen dann mehr. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.